Ich wurde letztens eingeladen zu einem Turnier von Lego 2K Drive und das hat echt Bock gemacht. Und hier kommt das ganze Turnier, an dem ich teilgenommen habe. Viel Spaß dabei. Ein Screenshot? Nee, Brennpaketanzeigen. Äh, Option, also Startrennpaket. Ich fahr nicht mit eins anscheinend. Ich hab hier oben ein Rennpaket, drei von drei. Ich hab einfach nur alle Standard. Ich hab auch noch ein Standard. Drei von drei ist bis zum dritten Rennpaket. Danke. Nö, ich hab hier jetzt einen Screenshot reingeschickt. Geh mal auf eins von drei. Ja, nur auf eins von drei. Und was sind da für Autos drin? Ist da dein Custom Card drin? Ja. Ja, genau. Und das nimmt er für online. Alter! Ihr mit euren Dreck spinnen, wirklich. Ja, die Spinnen sind geil, ne? Die sind zu eher. Okay. Ah. Eel. Nein, oh mein Gott, Hilfe. Ist ne Proberunde, ne? Ja, das ist ne Proberunde. So reinkommen wir, ne? Okay. Ich würde schon mal rauf anziehen. Ah, los geht's. Okay, wie ist es jetzt? Changesen wir dann später den Discord? Genau. Ja, auf jeden Fall. Hilfe, ich bin tot. Ja, sorry, ich hatte grad zwei Probleme. Ergeben. Alles gut. Äh, so. I'm ready. Let's go. Let's go. Einmal testen. Ich vergesse, warum spielt man denn mit Itze? So. Jetzt muss ich erstmal Testrennen fahren, Leute. Ich spring einfach nicht. Ich kann jetzt rechnen, keine Banker. Doch, ich muss ja manchmal springen. Hey, warum? Let's go. Ja, doch. Hey, draußen. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Ich wusste, scheiße, sind nicht alle. Oh, lol. Was kann man nicht rein? Hä? Hä? Äh, wir sind nicht zusammen fahren? Oh, 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 warte mal. Hä? Wir fahren doch da. Wir sind gar nicht im Rennen. Wir sind hier nur alle am... Wir sind jetzt zusammen in der Open World? Ja, wir sind irgendwie in der Open World, alle gemeinsam. Let's go, guys. Was zum Ende? Ich bin dritter, let's go. Sollen wir jetzt hinfahren? Ja, wenn ihr in der Open World warst, ist das ein Lobby? Ich bin dritter, let's go. Also dann habt ihr kein Rennen gemacht, aber... Oh, das ist okay. Wir testen ja eh nur. Genau, ihr wollt ja auch noch kurz gucken, wie man fährt. Also eigentlich ist das egal. Ah, hm, okay, okay. Es ist nicht dasselbe, Leute. Aber ich habe ein Burnley-Auto. Ah, wenn es das nicht lohnt, bin ich dritter. Weiß nicht mal, wo ich das hab. Oh, du Penner. Okay, also mit Dalu niemals. Also Dizzy, wenn ihr da nicht irgendwo, keine Ahnung, am Ende kaputt gegangen wärst, hab ich das tatsächlich nicht gekriegt. Du warst ja ewig weit weg. Chuchu. Alter, Leute. Ich fahr hier grad die ganzen Zivilisten um, ist so geil. Okay. Okay. Ja, ja, guck ihr die. Ich schieß die komplett durch die Welt. Nun, versteht ihr jetzt, warum ich es auf ihn abgesehen hab, Leute? Versteht ihr es jetzt? Weiß nicht? Alter, das ist fein. Ich hab aber erst gedacht, wir spielen im Team. Let's go, let's go. Also das war, dass das Team gepostet wurde. Der Chat ist schon voll ausgerastet. Easy win. Dann haben wir leider zusammengecheckt, dass die Leute sind, gegen die ich fahre. Da ist die Stimmung ein bisschen runtergegangen. Aber man wechselt ja immer random jeder Cup. Ja, ich weiß, das ist wirklich ja random gewechselt. Der Donut, Mann. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hätt so Bock auf einen Donut jetzt. Nein! Dizzy, lass uns aber eine Schocken. Du, ich finde in solchen Spielen wirklich nicht gut, Dalu, keine Sorge. Nein, Racing ist absolut nicht der Einzige. Nee, also das, das ja, das ja, aber das hier nicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich zack wirklich richtig hart in solchen Spielen. Keine Sorge. Ich hab mich nicht konzentriert. Nach zwei drücken. Angelo geht auf Höchstgeschwindigkeit. Verstehe ich. Rakete! Ah nein, ah nein. No, ich fühl da nicht. Ah nein. Ich fühl mitmachen. Oh Gott, ich hab mich vertan. Rakete in der Luft. Wer war das? Ich war's nicht. Ich bin die Rakete. Ne, ich hab auch Rakete. Aber ich, oh Gott. Oh, ich hab mal Rakete abgefeuert. Ihr Schweine. Mega ohne her. Oh, wer war das? Ja, ich war das mal jemand. Komm, ich lenke mich. Mein Lieber, das ist das. Wenn mir das nett klingt. Ja, genau sieht's aus, oder? Ich war das, mein Lieber. Da, die sind alle kurz volle Kameraden. Ja, ich glaub, das ist ein alter. Na, dann gibt's wieder alles hier. Hauptsache, du gehst zu jedem Checkpoint. Ja, ja, ich weiß. Wann hat wir die ganze Nacht nur diese Map gespielt? Äh, ich saß leider im Character Editor von was anderem. Ach so. Ach so, ja, ja. Okay, ja, ja. Okay, ja, ja. Warte auf mich. Hey, ich muss los. Doch, warte mal ganz kurz. Ich muss ganz noch los. Oh, nein. Kennt es? Äh, nicht die? Nein, irgendeiner von euch kennt die Abkürzung. Wer ist denn das da vorne sonst wo? Mega unfair hier mit Garnow zu wieder, ne? Nee, da kommt das geflogen. Wie war ich denn da? Irgendjemand hab ich getroffen. Das, 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 das ist der blaue, äh, das ist der blaue, äh, das ist ein Blitz sozusagen. Wer ist das? Aua! Das kennt die Abkürzung. Hey! Der Bond ist besser als ich auch, oder? Oh, ja, das ist ein Blitz. Ich bin falsch. Ich hab... Rakete! Ich bin da oben. Ich bin hierher gefahren, Darlow. Ärgerlich, ärgerlich. Ich glaube, es wird nicht so. Ja, das ist das, wie es ist. Das kann nicht wahr sein. Ich bin vor dem Zielfraining. Oh, nein. Wo muss ich hin? Oh, nein. Oh, nein. Ah, du, es kann nicht sein. Ich dachte so, Moment, warum wir mich zurück insinnsetzen. Angst, man muss hier weg. Nein. Ja. Oh. Ist mir noch jemand hinterher gefahren? Wie? Wir alle? Hallo? Wer ist denn Fernando? Fernando Svermes Bosch? Svermes. Wie wir fahren mit Bosch? Ja. Ja, acht Leute fahren auf jeden Fall immer mit. Da kannst du nix machen. Ja, dazu ist er bei. Wer ist denn jetzt hier ganz dick wie Fernando? Oh, geil. Oh, geil. Okay, weiter. Ach so, jetzt, wir sollten ein bisschen stehen lassen, ne? Aber ich glaube, das reicht, oder? Ja. Vor allem ist es jetzt rechts, vorhin war es links. Wir können auch einfach weitermachen jetzt. Du kannst auch einfach im Letzten, da stehen ja die Gesamtpunkte. Nach vier Rennen steht ja alles da. Ja, weil die sitzen jetzt alle da im Büro und gucken alle, ne? Ja, die haben eh nur noch 10 Sekunden, dann geht's automatisch weiter. Ja, dann sollen die sich mal ein bisschen beruhig sein! Angela, wenn du da richtig gefahren wirst, hättest du das gewonnen. Ich weiß, ey. Aber ich bin hier halt hinterher gefahren, Mann. Aber gut, danke ich mir für die Zukunft dann, ja? Wie kann man so ne blaue abwehren? Irgendeine Mechanik muss vergeben, oder? Ist die, also die, die, die Rakete kannst du drüber springen. Oh. Das, wo du die kaputten Reifen bekommst, das kriegen wir alle als ein Blitz. Ich wollte blau sagen, das ist ein Blitz, da kannst du nix machen. Ja, nice. So, ich bin bereit. Ich bin auch ready, Mann. Also bei, bei zweiten Ticks sozusagen direkt beschleunigen, ja? Ja, wenn die zwei gerade verschwindet. Okay. Oh, gut drücken, oder was? Gas geben, wenn die zwei weg geht. Jetzt. Ey, du warst zu spät, nö. Bei mir. Das hat gelogen. Ja, Delay im Discord. Ja, Delay im Discord. Ja, Delay im Discord. Ja, Delay im Discord. Oh, mein Auto ist kaputt. Wenn, wenn dein Auto kaputt geht, dann bist du nicht. Oh shit. Und dann ist das Ende. Oh nein, das ist diese Kackstrecke, wo ich immer runterfall. Ne, ne, wenn du wirklich kaputt gehst, du kannst ja verstört werden. Dann hast du ja wirklich fünf Sekunden Verlust. Fernando! Fernando! Ich räum' ich heut da. Oh nein! Oh nein! Die scheiße! Chris! Ich hab gebremst. Die scheiße! Ich hab gebremst. Die scheiße! Ich hab' ich euch das sogar gerade gesagt. Und jetzt gibst du deine scheiß Spinne! Das war ich, hallo! Hallo! Toll! Moment, Disi, wenn du zweiter bist, wer ist denn da weit fort? Das ist der Schmuggel! Der Schmuggel! Der Schmuggel! Der Schmuggel! Der Schmuggel! Der Schmuggel! Der Schmuggel wieder. Und der hat mich heute noch gefragt, welches Auto er nehmen soll. Hätte ich ihm das mal nicht gesagt. Ich hab' ich auch ¡ich hab' gefeinert! Oh! Boah! Boah! Das Problem ist, genau jetzt... Ey, Chris guau mal! Warte, guau mal! Guck mal! Guck mal! Ich seh' nichts mehr! haben sie der fremd ist erst auf die runde zu ende da habe ich mich gerade in der vorderen wie unfassbar und angelo redet auch nicht mit uns der ist voll ich hab die weg irgendwie nicht gefunden für genau das szenario anders ein auto ja nein dalu nein tschüss dalu ja das kann ich warten weiter geworden wir hatten ein schönes düell ja unfassbar aber hauptwache nimmt uns fernando keine punkte ja fernando hier let's go mehrere online bedrohungen blockiert ok ok schön mhm ja reicht jetzt auch mit den punkten ich mache weiter die punkte stehen doch da WG WP beim letzten mal habe ich gefragt wo denn die erste steht ja ja oh ja jetzt sehe ich es oh stimmt oh ich dachte ich bin zweiter ah Zbogel du Arsch du warst ja gerade zweiter achso weil du den ersten nicht gesehen hast ok ja ja ich möchte jetzt hier in der gesucht werden ja verstehe so ich kenne die Maps halt auch nicht also man kann das Auto halt nicht mehr wechseln ja 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 also du nimmst halt den Mustang ja der gefällt mir richtig gut ja wenn du abgeschossen werden willst hast du halt ne scheiß Beschleunigung wenn du aber vorne bist ziehst du halt immer weiter weil dich ja keiner mehr trifft ja ja die Beschleunigung war krass gerade eben ja die Maps sind auf jeden Fall richtig cool gemacht da ja super kreativ das gibt auch super viele Effekte in dem Spiel ne der Story Mode ist auch echt witzig der Humor ist echt gut boah super Start ich hab's nicht mehr drauf wer ist darüber gesprochen ich ich gerade wieder mit seinen Abkürzungen Abkürzung über euer Auto oder Miene was ist die perfekte Strecke für Angelo ich hoffe ich muss aber erstmal nach vorne kommen das ist nämlich nur Straße wenn ihr die Strecke alle kennt nein wenn ich ja wenn ich in euer du Gott will ich zu dir hallo Reckfist ooooh 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 was sagst du jetzt ich hab' ich kenn' die doch nun mehr alles ist irgendjemand weggeblieben ich hab' mich gerade gefahren ich mach' hier alles cooles Könnt ihr mal bitte nicht drüber vorfahren ich muss Angelo geht mit dem ich gleich auf den Sack nein der darf nicht vor komm ran komm ran komm ran auch wieder mein Auto funktioniert auf strafe nicht das ist so komisch wenn ich nur Mario Kart vor dem Spielstelle ja komm nein ich fress dich nicht hier ist doch okay aber weißt du was hier auch oh oh toll das hat mir ganz viel gebracht ach doch ein bisschen halte mal an ganz vorne was betrifft nein nein ist das Mugel ich hab' auch null ran Chris halte mal an danke oh nein warum hab' ich den nicht ich hab' ich aufgesonnen nein hinter mir war ein Bock den hätte ich nicht abschießen sollen der gute ich kann ja kurz zu weit voll sein um zu klein nein da kommt ein blauer E3 vorne mhhh mhhh wer ist da geflogen gerade hallo ich oh shit hä hä ja ja nein 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 Chris das größte hat's freuen ja auch der gute alter verdammt ich hasse keine nein 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 ich schreien ja aber wie lang rollt die denn ja ne Weile ja ne Weile Tschüss nein Nein Weile schreien ah schreien ja also nein Die Strecke an sich ist ein bisschen tricky, auf der könnt ihr durchgehend boosten, weil er einfach nur durch alles durchfahren ist, durch jede Laterne, durch jeden Reifen, der am Rand steht, weil es gibt auch Boost. Geil. Hauptsache nicht, ne? Angelo, hä? Das wird Snap, mein Lieber. Sag mal, Max Speed, ist das auch ein Bot? Ja. Wie gehen denn die Bots bitte? Ich glaube, standardisierte Autos wären besser gewesen. Ne, wir hören Dizzy nicht, weil der gemutet ist. Ne, ich hab gerade auch gar nichts gesagt. Ja. Ich versuche zu überleben und stelle gerade fest, dass Standardautos kacke sind. Und dann doch, dann am Ende. Ja, das habe ich auch festgestellt, ich würde auch gerne, sehr gerne wechseln. Weil ich gar keine, also ich hab halt gar keine Chance, hinterherzukommen. Du hast ein paar, du hast auch ein paar gute, ne, Custom Car nutze ich gar keins. Aber warum kann man beim Cabrio, sieht man die, die Satz oben rechts, äh, rechts gar nicht? Also da steht nichts bei mir, wenn ich diesen, äh, die seine Cabrio-Li ausdeckere. Äh, vielleicht hat der wirklich alles auf neutral, du hast ja sonst immer Plus und Minus. Ah, okay. Also sonst hast du immer... Ich hab ja der Rennleiter beschwert. Ja. Ja. Okay, ja. Ich hab doch ein gutes Boot, Angelo. Oh, scheiße. Ich glaub nicht. Oh nein, mein Ding ganz langsam, kacke mich immer noch fort. Oh nein. Oh Gott, ich hab aber auch ein Drecksboot. Regenbogen! Oh nein. Oh nein. Ihr Schweine. Oh nein. Das ist doch mal ein kleiner Schocker. Ah Mann, was lasert ich. Oh nein. Das hat niemand gesehen, oh mein Gott. Ich seh nicht mehr. Ich glaub nicht. Was war das für Bälle? Äh... Ja, ja. Warum denn so nah? Ich würde auch nicht nach vorne schießen, aber wir machen... Oh nein. Ja. Die Reichen wären wieder reich. Ja. Was ist denn? Ist leer. Was ist denn? Ja, nehmt ihn Fischi, du machst das fantastisch. Was? Zwuchel! Fischi, bitte. Los Fischi, mach ihn fertig. Lad mich zum F3. Mach mal. Morgen hast du recht? Ja. Ich hab keine Zeit. Wieso könnt ihr mich alle überholen? Nein. Dabei bin ich doch so gut gerade. Warum fliegt die Rakete in die Wand? Das hab ich gedacht, fliegt die Tür in die Wand. Nein! Komm, 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 komm. Dalu muss da weg vom ersten gehen. Nee, der Punkt zweit. Ja, du hast recht. Die Hunde sind zweit. Das kriegt wichtige Punkte. Oh nein, ich verkehrt nicht. Ich bin oben oben. Du bist ja dabei. Hä? Ich auch. Hä? Aber wie? Wieso denn? Warum kriegst du diese Drecksdinger nur? Komm, da nicht ein Dalu dran. Das kann nicht sein. Ja, bleib mal kurz stehen. Ja, komm. Ja, wie? Wie lange soll ich warten? Du wartet ja gar nicht, du Schwein. Ja eben, der wartet nicht. Fischi zeigt uns. Warum? Oh, ich raste aus. Das Spiel macht mich schlimmer als Mario Kart. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nein, nicht in die Spinne. Bitte treff. Guter Kampf. Ah! Ist gar nicht. Ja, da kann ich nicht. Ich wollte gerade noch Kraketen nennen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Er lügt, er lügt. Ja, 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 ja. Mann, ey. Alter. Oh, jetzt habe ich die Tabelle nicht lang genug stehen gelassen. Voll knapp. Die Bob ist richtig mild, Alter. Da hast du ja gar keine Chance. Also wirklich überhaupt nicht. Komm, das kommt. Ja, also man sieht die am Ende jetzt nochmal, ne? Achso. Oh, jetzt, das weiß ich gar nicht. Das ist jetzt interessant. Aber ich habe auch so sehr schnell A gedrückt. Ja, Moment, ja, man sieht halt hier Platz 1 bis 3. Ja, aber du siehst ja auch nur die Figürchen, ne? Und nicht. Ja, das müsste aber nochmal angezeigt werden, oder? Ja. Ja. Ja, oben links steht das, oder? Welcher Platz man ist? Oben links steht das? Ja. Ja, aber da dachte er ja nicht, wie viele Punkte du hattest. Links? Ne, wer möchte ich da? Oben links stehst du, ja. Oben rechts steht Fischi. Darum steht links, wo, oder? In der Mitte oben, die 1. Die 1. Also ich, eigentlich bin das ja ich, ne? Dann muss eigentlich jetzt, wer leider das muss, die Tabelle vom Renten, ne, glaube ich nicht. Beim Kreieren dieser Lobby, dann wird das ein Knaller. Ich mag hier ne Pizza für alle. Echt? Ja. Ich hab richtig Bock auf Pizza. Oh ja, da wär jetzt mal. Aber Pizza ist nicht gut für dich. Kann man doch pauschal so nix sagen? Doch, Pizza ist gut für mich. Pizza ist gut für dich. Ja. Ich hab Angst. Ich esse nur gesunde Pizza. Oh, was ist das denn für ne Strecke? Ja, die Fliegen klatschen. Ja, ich hab schon gezockt, die Strecke. Ach du Scheiße. Die ist aller heftigst. Sag mal, wer zieht denn da schon sein Gas durch? Ich. Ah, perfekt. Ich hörs. Ich bin Racer. Ich hab's immer eilig. Ich bin Racer. oder? Ja, aber hier ist Gelände. Oh mein Gott, was ist das? Habt ihr mich Raketik? Ich bin grad in den Himmel geballt worden. Ich fahre völlig so magisch. Ich stecke gar nicht lang. Alter. Oh, hör auf hier. Ach, hey, Jemini. Lass mich. Lass mich doch in Ruhe, Alter. Alter, ich krieg grad so aufs Maul. Ist ja witzig. Ich kann dich nicht hören. Ich bin so weit hinten. Ich hatte doch einen Schutz, warum man ziemlich Raketen ist. Ey, reicht jetzt. Weil's möglich ist. Okay, let's go. Alter, das ist echt nicht wahr. Hallo. Oh, nicht gegen ist gut. Let's go. Hat er grade abgekürzt? Der hat abgekürzt. Was passiert denn hier? Das ist ne ganz schlimme Strecke. Fischi, das ist scheiße. Die ist sehr gut. Nee, ich will so ne Kinderstrecke bitte nächstes Mal. Was ist denn hier los, hör mal? Ey, da gab's doch mal ne Strecke. Warum weint ihr alle? Oh mein Zu. Nein, nicht zu. Ich seh wieder anderes Spiel. Oh mein Gott. Ich bin nur am explodieren. Was ist das? Das ist diese Lampe hier. Oh, lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ich hab aus Verzillt die Sackete und die Sackete. Und die Sackete. Da war aber keiner zum Sacketisieren. Hä? Oh nein. Ich hab' die Sackete nicht mitgenommen. Alter. Lass uns nicht runter. Ich hab' das grad so random. Äh, was war denn? Wo kommst du denn her? Was ist mit dir? Hau auf! Oh Gott. Ich bin jetzt nicht mit der Wand. Fuck. Bin immer ganz kurz exkutiert. Nicht ich! Hier! Oh Gott! Das ist nicht. Jetzt bin ich echt nur auf letzten Platz. Lass dich mal! Du gehst nicht mal den ganzen Tag erst, du Arsch! Verzieh nicht! Jetzt nicht! Boah! Bischkoff! Lass es! Oh nein! Ich bin falsch gepackt! Nein! Nein, ich bin Fünfter. Oh, das ist so bitter. Aber Schein ist das Letzter, das ist sehr gut. Nee, ich bin Vorletzter, aber es war trotzdem schon eine kackrandom Strecke. Das ist irgendwie explodierende Laft gewesen. Das war ja uneinholbar für mich. Bittere Pille. Ganz bittere Pille. Desi, 20 Sek... nee, 10 Sekunden schneller. Ich hab so auf die Fresse bekommen das ganze Rennen über. Desi, du hast mich enttäuscht, ey. Warum? Warum hab ich dich enttäuscht? Zwei muss. Oh nein. Ich hab ja gesagt, jetzt hab ich ja auch endlich mal nicht die Standarddinge, die schnarchen beim Schlafen. Wer ist denn da mit mir gecrashed? Ich bin 80.000 Mal gecrashed. Also, ich kann nicht gewesen sein. Das sind komische Fliegenlampen, glaube ich. Die haben irgendwie einen auch explodieren lassen. Ich hätte einfach über die Ruhe springen müssen, glaube ich, ey. Ich hab echt schlechtes Timing gehabt gerade leider. Ich finde, die Sprungtatze muss ich mal umstellen, glaube ich. Ich zitiere aus dem Schreck, äh, aus dem Schreck, aus dem Chat. Die Schreckheimstrecken sind halt echt nicht gut. Toll, Fischi! Toll! Hä, was ist denn los? Wir fahren doch gleich alle auf der gleichen Strecke! Die sind doch eigentlich gar nicht so kacke. Ja, ich fand ihn ganz gut. Ich fand ihn auch noch nicht. Was heißt... Ist Chris schon wieder da? Ja... Okay, ich würde sagen, wir beruhigen uns jetzt alle ein wenig und wir werden jetzt alle ganz tiefenentspannt reden, okay? Scheiß machen wir hier! Geht's um Leben und Tod! Wir reden einfach tiefenentspannt. Okay... Leute, einfach mal! Schön Twitter-Sprung! Ey, der fährt mit dem Leise! Ich fach mit dem Live-Auto, was ist das für ein Problem? Boah, ich hab den Bus kaputt! Ich dachte, es ist noch nicht abgenommen, aber es ist hier anscheinend. Ich würde, ist das abgenommen. Zwei noch nicht immer! Boah, wer hat den Blitz? Welcher Keck? Aua! Ich hab schon... Das ist echt hart. Das ist echt hart. Ich bin nicht so wendig, heute. Lass da! Was ist das denn hier? Begabeskram! Ich bin zu langsam! Das war... 10 von 10 knapp. Chagas, das ist die perfekte Schrecke für dich, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht, wieso? Weil du so ne kleine Karre hast, die so wendig ist? Kleine Karre? Ich mein, ich hab ein superschweres... Ja, nein! Was ist das überhaupt? Es ist ein Stream-Setup, hallo? Was ist das? Mit Mikrofon und Kamera und alles! Ja! Ich hab nicht viel gehört! Wie hast du das gedocht? Das ist doch offensichtlich! Das ist doch offensichtlich! Offensichtlich ein Streaming-Setup! Ohne Witz, du machst hier einen Fehler und du wirst einfach Tieter oder so! Hey! Kommt der jetzt her! Oh, nehm Platz! Nein! Hä, wie bist denn du grad an mir vorbeiteleportiert? War das dieser Teleporter, oder bist du... Der ist nur mir? Der ist nur eins da! Oh, ne, ne! Nee! Oh, kommt der Kürz! Der ist ja! Ich hab... also dieses Auto gefällt mir gar nicht! Lars Vogel! Was denn? Oh, Angelo! Der ist an mir vorbeigezaubert, hat er sich vorbeigeschütet! Hör auf dich! Hä, ich bin nur eines... einen Platz nach vorne ge- teleportiert? Scheins! Ja, aber die soweit auseinander sind wahrscheinlich! Ja, aber die soweit auseinander sind wahrscheinlich! Ja, zwar ging so! Oh! Mich halten die Boxen, die auf der Straße fahren! Das ist! Nein! Lönch, mein Freund! Ich explodiere doch nicht! Was trinken das? Das macht gar kein Lebensgefühl! Doch, doch, doch! Aber wir gehen halt langsam, guck mal, ich hab kaum noch ein Prozent leben doch so! Okay! Ich verstehe! Was? Was ist denn? Wow! Wow! Ich... 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 Ich weiß nicht, was ich mache! Tschau, Digga! Ich bin von der Straße, Gorps! Und ich dreh mich um! Und, oh! Was war das? Du bist verdammt! 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 Was ist das? Du bist verdammt! Ich... Oh nein! Oh nein! Ich bin frei! Oh nein! Der Kürbis! Ich bin schön schön auch Ich will fucking Überschluss! Alter, das ist voll warm. Alter, die bots halt mich so krass hier hinten. Das ist unfassbar. Machen die die so kaputt, oder wie? Ja! Scheiße! Danke fürs Eimschubs. Oh, knapp. Wie schön. Alles gut, nicht schlimm. Schön, 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 schön. Oh, ja, der war aber auch nicht. Oh, gleich. Oh, wie du mich noch... Guck mal, der Abstand. Zwei Zehntel. Mein Gott. Der Blatt 2 und 3 habe ich auch schon ein Gefühl. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Easy, Sechster. Sieht ein bisschen besser. So sieht's aus. So easy war das gar nicht vor die Bots zu kommen. Oh, Dalu führt, wow. So, wir können hier einblenden. Aber die haben vor, die haben Vorsprung. Ja, ja, ja. Gebt. Guck mal, Dici, wir sind bei euch angerechnet, ne? Ah, ne, die haben zwei Runden mehr, ja, ich schon. Guck mal. Wie viel Punkt hat Dalu? Äh, warte. Ist das nicht... Also, Christoph, nimmst du die Punkte, die hier stehen? 28. 28 und der 2. 20. Okay, okay. Naja, aber... Da geht noch was. Ja. Ist noch alles möglich. Oh, die Namen sind so geil aus Schwampus. Oh, Sumpfus, du kannst die kleinen Alligatoren einfach wegschubsen. Aber von den großen sollst du dich nicht fressen lassen. Okay. Ah. Ja, oder dann... Jetzt, wo ich das weiß, fühle ich mich ganz sicher. Ob das der kleine oder der große ist. Mhm. Oh, das ist eine schöne Kurve hier. Kann man mit Booten eigentlich driften? Also mit der Drifte... Ja, geht. Ja, das geht. Ich vermisse das Quietschen. Ja, los machen. Ruh, 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 ruh! Abfahrt. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ihr Schweine! Vom Driften kriegt man auch Wust, ne? Ja. Och, Mann. Kram weggeschneppt. Nein, ich will das nicht. Was? Scheiße! Sehr gut. Nicht aus Versehen, die Hüpfen-Taste drücken, das ist schlecht. Oh, nein. Oh, schlimm! Okay, wie kann ich restarten? Wie kann ich restarten? Halte vier, halte vier. Nein, ihr Schweine! Oh, ich krieg das nie wieder eingeholt. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, vier. Wie geht's denn die Leute eigentlich? Ich will nicht so viel fliegen. Hä? Ah, das ist so. Heiße. Gar kein Schliss. Manni, der Sprit ist leer! Manni, ne, der Autos fährt nur mehr. Manni, maaaannn. Boah. Mach er mehr! Der Sprit ist leer! Wow, die Bombe hat mich umgeworfen. Das ist umgedreht. Ich stand grad verkehrt rum. Schlecht. Oh, ich hab mich eingeholt. Ist das denn möglich? Wollen wir uns die Abflüssungen ausprobieren, ne? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Sie machen Raketen einfach nix aus, dacht du, oder was? Wir haben... Was ist hier? Sinnvoll ist, in den Lobby zu bleiben, damit wir die Beise noch herfällig haben. Was denkt ihr dazu? Nicht, wenn die da gefällt, Lobby zu müssen. Das ist total schrecklich, aber könnte damit gehen. Ja, er würde sich wünschen, mit dir in der Lobby zu sein. Du, ich verkackte gerade hart. Also für mich ist okay. Okay, da könnt ihr nämlich auch die Zeit kommen. Warum auch immer. Weil ich das nicht kann, ich bin dumm. Ey, sagst du was? Dass ich überhaupt hier geholt bin habe. Du machst das sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Na ja, es geht. Nein, what? Ich hab mich einfach, what? Ah, hier ist noch so, siehst du? Ist halt einfach ruhig, jetzt ist keiner sagt was. Wir sind konzentriert. Konzentriert halt ist die Geform. Ja, das war schon ein bisschen unfair. Was war das denn? Was ist das schon wieder? Aua! The fuck? Oh nein. Ich kann bohren nicht. Ich kann bohren nicht. Es ist ja nie mehr los! Was war das denn für'n Scheiß vor der letzten Kurve? Aua! Einfach Boot kaputt? Ich bin so fett! Ich bin so fett! Ich bin so fett! Das mach ich! Ernst! Ernst! Ich hab's zu dumm Schlesse gemacht. Hallo, ich bin Charges und ich hab gehört, da hat er jetzt, Achtung! Oh, knapp! Ich hab' so viel Mist gemacht! Ich hab' so viel Mist gemacht! Ich hab' so unnötig! Ich hasse diese Gimmick-Streppen! Kann ja kein'n Zuschauer-Modus gehen und sagen, mein Name ist Arachnurella! Okay, genau! Perfekt! Klingt gut! Oh, Mann ey! Mist! Tom ist warm! Ich brauch' und ich muss es wirklich machen! Ja, mir ist auch richtig warm, ey! Bei mir ist es genau richtig! Cool! Ich bestell' jetzt nix! In dem Moment, wo ich angefangen habe zu reden, ist alles bergab gegangen! Ja, also muss ich euch zum Reden bringen! Gut! Nein! Fisch, ich hab's ja nicht so gestrecken! Ja, also ich fand auch, das war ein cooles Fremd! Ja, war mega! Ich bin, ich bin nur die ganze Zeit... Ihr meint das ironisch, oder? Ne, war ein cooles Fremd! Ich fand immer großartig! Ernsthaft? Ja, die Minen und den Krokodilen, ich bin hundertmal explodiert! Hammer! Ich fand das auch geil! Ja, explodiert mir ja auch, aber... Hammer! Ich fand's ganz cool, so vom Setting auch! Nein! Das ist schlecht! Ihr habt alle unrecht! Okay! Oh, wir fahren noch so'n Ding geil! So, der lebende Gartenfreunde! Oh! Danke für die Übersetzung! Ja, gerne! Dafür bin ich da! Kommiss eigentlich! Oh! Zwei Etagen! Oben oder unten? Was ist schneller? Das sieht aber nach krassen Kurve aus, da! Die Ritter müssen machen bestimmt irgendwas! Wir müssen ein bisschen Sport und ich muss auf Toilette! Ja! Ich bringe nur noch Pizza! Pizza muss halt sein! Ich komme! Kannst du? Ja, verpacken! Komm! Hallo! So, alles ist gut, Freunde! Alles ist gut! Sehr schön! Alles schön! Oh mein Gott! Ihr macht das alles so toll! Ist doch noch gar nicht Wochenende! Nein! Hey, warum hab ich jetzt ne Rakete abgekommen? Habt ihr was gegen dich? Hahaha! Eine Rakete haben wir gegen dich? Tatsächlich! Oh nein! Ich bin über den Streifen rübergesprungen! So über den Streifen rübergekommen! Bei den Konkern ist das einfach los! Ja! Wenn ihr zu den Streifen dürfen, indem man schneller wird! Nein! Oh ich seh! Oh! Ich hab' den Streifen rübergekommen! Ja! Hey! Wir sind hier alle ziemlich auf'n Haufen, ne? Wir sind hier alle ziemlich auf'n Haufen, ne? Nein! Ja! Wir sind hier wirklich auf'n Haufen! Oh, aus Versehen gehupt. Ich hupt ständig aus Versehen. Ja, weil man halt verkrampft. Oh Gott. Aber jetzt nicht im Real Life, oder? Doch. Oh nein. Ey, das Spiel hat mich ganz schön. Ich kann Wiggle hier. Oh Gott. L2 gedrückt halten. Kein Ding. Ich danke mich später. Oh Gott, das war knapp. Aua, ich bin doch noch reingetragen. Das war's. So ein Mist. Nein. Oh, das knapp alles. Das ist schon. Das ist noch nicht viel Lavi, ne? Neee. Wie schickst du das zu holen? Oh. Oh, jetzt habt ihr mich echt fest. Oh, ihr Schweine. War nur links rum. Mann. Okay. Geh mal weg jetzt hier. Nee, oh Gott. Okay, easy, easy, easy. Okay, unter dem. Du wirst in diese Minen hier hingelegt. Ich bin so schlecht, Alter. Ich bin so schlecht. Ich versuche mal irgendwelche Abkürzungen zu finden, aber hast gar nichts. Kleiner Spoiler. Da ist er explodiert. Ach, verdammt. Ach, hinter. Nicht aus der Forte, aber es trifft nicht. Also ich weiß nicht, woran es hier ist. Fuck. Fischchen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, die Bots haben mich abgezogen und ich bin noch mal in, ich bin noch mal in, jetzt bin ich im Ziel. Let's go. Digga, das Spiel ist anstrengender als Boss in Elton Ring. Sag mal, jetzt habe ich mal eine Frage an Fischkopf. Ja, hallo. Was hast du dir bei dieser Map-Auswahl gedacht? Ja, das möchte ich auch nochmal. Hä, wir müssen doch eben, wir können doch ein bisschen, es ist doch kreativ, wenn du gerade auffahren oder was. Fischkopf, also. Oh, die Map, das soll doch so. Wow, ey. Bleiben wir jetzt so in dieser Konstellation? Ich persönlich. Bin menschlich enttäuscht. Von wem denn? Menschlich. Von, du weißt ganz genau, wem. Von mir? Ach, Norella, ja, die kann mich machen. Ich bin nicht der Beine. Ach, Mist. Ach, verdammt. Welcher Platz war ich denn jetzt? Töpfchen. Gute Frage. Oh, darf ja niemand wissen. Keine Ahnung, wer auf der 3 ist. Der Sohn trägt eine Maske und ist bestimmt sehr gut. Wow. Gehen wir mal kurz aufs Töpfchen. Gehen wir mal den zweiten Kapp und direkt so bleiben. Die anderen haben schon losgelegt. War das nicht geplant, diese Kackstrecken zu nehmen? Doch, aber noch nicht jetzt. Ach, wir können einfach so bleiben. Es ist 4 durch. Also haben wir es schon hinter uns, sehr gut. Ich gehe jetzt in Prospekt total, ja? Das ist das Richtige. Ach, wir dürfen so bleiben. Das ist ja cool. Ja, das ist so nice, ja. Ich bin schon ready. So, ich zeige euch jetzt mal, wie man gewinnt, okay? Wow, das ist so ein geiler Spruch immer, wenn man sagt, hey, jetzt zeige ich euch mal, wie man gewinnt. Weil vorher hat man das nämlich nicht gezeigt, wenn man das geheim bleibt. Fischkopp, danke, danke schön für die Erklärung, warum so lustiger ist es, wenn er das dann verkackt. Ich bin super nett. Ey, Fischkopp, bist du mich da messen? Ich bin schon gut. Kannst du backflip? Ja, ich muss einfach nur den linken Stick nach hinten drücken. Wow. Nee, konnte ich noch nicht, aber jetzt konnte ich ja. Ach, Fischkopp ist bereit. Irgendwann ist Pipi, glaube ich. Wer ist Pipi? Irgendwann ist Pipi, glaube ich. Ich habe schon vor 10 Minuten Pipi in meinem Stuhl gemacht hier. Ah, Dizzy musste doch, der hatte doch einen Kackstift sitzen. Richtig. Ich glaube ich. Ah, jetzt sind wir auf einer normalen Map. Ich freue mich so drauf. Aber da sehe ich auch schon, wenn der so Horrorschlösser im Hintergrund. Wo denn? Nicht, in der Lobby. In der Kirche, die da gebaut wird, aber. In der Lobby ist so ein Gruselgeschloss im Hintergrund, oder ist das random? Ach so, ja, ich glaube das ist noch das letzte. Ah, du siehst den Kapja da. Das ist nicht das letzte, das ist das allerletzte, ist das. Ey, ey, ey. Wow, 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 wow. Atmosphäre. Ich habe so Bock auf Sushi, Freunde. Mögt ihr Sushi? Ich mag Sushi gerne, aber nicht immer. So, wer da? Sushi ist nur für Sieger. Ich habe nur so Fahne. Nummer 1 Sushi-Stadt Düsseldorf. Also, das muss man mit. Echt jetzt? Oh ja, da war ich mal essen in Sushi-Stadt und das war sehr lecker. Ja, Düsseldorf hat den größten japanischen Anteil aller Städte in Deutschland. Aber ihr habt doch, ihr habt doch ein Little Japan, oder wie heißt das? Äh, ja, so halb. Die haben hier so ein paar Straßen, da haben wir japanisch und so. Aber auch Koreanisch. Das ist sehr cool da. Also, Asianisch essen kannst du hier sehr gut. Okay, cool. Gut zu wissen. Das habe ich letztens gerade erst erfahren, warum das überhaupt so ist. Ach so, ich muss starten, ne? Hallo. Du könntest übrigens auch starten. Das geht nicht. So, ich lehne mich jetzt nach vorne, ja? Ich mache jetzt Gamer-Pose. Alles klar, interessiert nach vorne lehnen. Ich bin eben Zweiter geworden und dann habe ich trotzdem nicht gewonnen. Das ist immer so eine kühlische Musik und dann gleich kommt das Geschrei der Leute dazu. Ihr schreibt jemand in meinem Chat, Sushi mit Wasabi. Seid ihr Wasabi-Fan? Ja. Ja. Furchtbar, furchtbar. Hä, wer ist denn Sushi ohne Wasabi? Ich esse gar kein Sushi. Okay, lass uns das Thema nicht. Danke, Fischkopf, um zu sagen, was spannend bei Sushi muss. Ja, klar, aber ich kann euch das sehr gerne. Ich könnte mich gerne anrufen auch. Das ist ja total nett von dir auch. Ich rufe mich nicht an. Vorachs. Das ist tatsächlich eine Axt. Oh ja. Oh Gott, was war das? Ich wollte das Alps schieben. Danke fürs Anrufen. Ey, 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 gar kein Schiss. Ey, jetzt brenn ich, brenn es! Sag mal, könnt ihr mal alles weggehen? Ich bin ganz nach hinten. Ich war eh am da. Ihr seid so kacke, ey. Echt mal jetzt. Wie bin ich denn jetzt? Ich mag euch alle nicht. Sag mal, jetzt ist man in der Wallapäne auf der Isar. Und ich lagen, sag mal, jetzt haut dir gut. Ja, ey, Mann. Das kommt nicht. Mach dir den Zuss. Er ist da gerade heilgefahrt. Oh, wie hat sich vollen? Oh Gott. Wieder, ey. Bienen. Ja. Ey. Ey. Willst du das wirklich? Können sie mal auf hier. Wieso kann ich hier nicht durch? Ach, hier ist ja eine Spinne. Ich schweige schon wieder. An der gleichen Stelle. Was war das schon wieder? Klemmung mal auf fest. Nee, hab ich es tatsächlich einfach gar nicht. Ich bin denn die Brücke aufgeknallt? Oh Gott. Nee, Wasser ist hier echt mein Achilles Ferse. Warum hab ich jetzt Scheiß an meinem Kopf? Ah, na. Oh. Okay. Hiermit möchte ich offiziell announcen, dass ich sauer bin. Freut mich zu hören. Ja, auf geht's, auf geht's. Das freut mich. Ich wirklich, ich, 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 presse Sachen aus meinem Körper. Was würd's denn? Ich presse Sachen aus meinem Körper, Alter. Oh, ja, ja, ja. Oh. Einfach nicht sein, ey. Wie? Ein Punkt. God bless. Gott bless. Jetzt gewinne ich zweimal und dann bin ich erst alles gut. Dreimal gewinne ich erst alles gut. Ich komme im Wasser irgendwie gar nicht klar. Da bouncet mein Ach-Boot hin und her. Wenn du einmal aus Versehen zu viel springen drückst, ist eh vorbei. Ich bin eben auf so einer Welle, die nach oben gegangen ist und dann bin ich gesprungen und dann bin ich gegen diese Autobahnbrücke, die da oben, sehr weit oben, drübergegengegengeknallt. Ich bin einfach irgendwann random gegen eine Wand gefahren, weil ich dachte, das ist eine Abkürzung. Das war klasse, bin ich siebter geworden. Das ist eine klassische Verlängerung. Aber da, ey, das ist alles okay. Wenn man zu gut ist und der EQ zu hoch ist für das Spiel, dann wenn man es überdenkt. Richtig. Richtig. Ich bin jetzt wieder dieses Schöne. Burn out und voll Gas. Ah, Leute, WSDFGVGZHV, folgt mir jetzt. Oh, nice. Mega. Wie passieren solche Namen? Denkt ihr, die Leute hauen einfach mal auf das Gefühl? Was sie da für Gummelkram, die anderen Buchstaben habe ich vergessen. Das wird es wahrscheinlich sein. Ihr am Anfang sind es auf jeden Fall. Was sie da für Gummelkram. Boah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe keinen Schnellstein. Nein, der Tänk, die ganze Zeit. Leute. Der Tänk, der hat doch ein Riedenschiff. Fisch hier. Da habe ich Angst vor. Alter. Warum hat der Charakter gerade so gestöhnt? Ja. Warte, warte. Ja, aber, aber. Oh, nein. Ich erkenne einfach gar nichts hier. Ja, einfach, einfach fahren. Das ist gerade schon eng, ne? Die Strecke. Ja. Nicht klar. Hallo. Oh, mein Gott. Was ist das? Irgendeine riesen Mega-Explosion? Schnell, dick. Gar kein Schnell. Gar kein Schnell. Schnell, dick. Schnell, dick hier. Also, mach. Also, du bist das nötig. Gar kein Schnell. Oh, ich erkenne gerade nicht viel. Nein. Ich schätze, jetzt bleib doch mal stehen. Nö. Sonst machen wir Fehler einfach. Gar kein Schnell. Wieso hupe ich immer? Ach so. Jetzt kann ich ihn überhuren. Oh Gott. Was war das? Ach, geht es. Hey, du hatte kein Eikön. Ich frage sie das an. Äh, wie scherzig? Ja. Ich glaube, das ist illegal, so weit. Also, ich hab wirklich nachgefragt und es darf man nicht. Ich mach was. Viel zu. Alter, ich hab euch so abgezogen. Oh, ist nochmal richtig dran. Oh, ich hupe die ganze Zeit, weil ich sie verkrampft drücke. Was drückt man denn an den Stick? Junge, ich hab euch so abgezogen. Jetzt aber. Holy shit. Holy shit. Fastes Finish. Oh, komm schon. Nein. Oh, mein Gott. Alter. Wer wird... Schuck ist ein Korn. Da schiebt er mich durchs Ziel. Oh, Schuck ist you're welcome. Oh, ich bin gar nicht vorbeigekommen. Oh, ich bin gar nicht vorbeigekommen. Oh, ich bin gar nicht vorbeigekommen. Let's go. Oh, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Okay, der Band wird gebannt hier im Chat. Tschüssi. Nein, ich hab Schuck ist einfach durchs Ziel geschoben. Ja, okay, mach. Ich dachte aber auch, ein Checkpoint vorher ist Schluss. Das war so ein bisschen... Oh. Von der eigenen Freundin in den Rücken gestochen. Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Das war nicht meine Map, muss ich sagen. Das war nicht meine Strecke. Okay, ich bin auf jeden Fall aufgestiegen. Ich finde es manchmal schwer zu erkennen, wo man durchbrettern kann und was ein Solid Object ist, wo man gegenknallt. Ja. Jeder Hooligan im Stadion. Tatsächlich muss man ja sogar durch Sachen durchfahren, um A, sein Auto wieder zu reparieren, also Schaden zu regenerieren und einen Booster aufzubauen. Das stimmt. Das ist so, erst mal so, so, äh, Contra-intuitiv. Ja. Der Kleeblatt-Nieden-Kurs. Let's go. Vorsicht beim Überqueren der Kreuz. Ach, schön. Ist da ein bisschen RNG mit dabei, oder was? Ach, war er vorher in den anderen Maps ja gar nicht. Aber die gingen ja, die gingen ja im gleichen Tempo mal rauf und runter. Wenn er jetzt einfach so, die unkomplett in den Auto, mhm. Das stimmt. Du kannst ja auch anhalten in der Kreuzung und schön rechts-links gucken und dann ein freies Fahren. Das liegt bei dir. Ich kann aber nicht blinken. Ich will kein Rechts-Achblinken da. Kann man blinken in dem Spiel, fände ich wichtig irgendwie. Ansonsten weißt man gar nicht. Aber Huken, also Warnhuken. Für den Boost kannst du so blinde Sachen machen. Das stimmt. Kann man programmieren, ne? Genau. Ja, Bau. Ey, ich bin doch in der Gesamtwertung nicht nur Neuter, oder? Ja, also beim Bau kannst du ja programmieren. So, Freunde, die Pizza ist heiß. Die müssen nach Hause. Oh, okay. Ja, kein Schnellstart. Ist doch der Pizzaofen, Mann, oder was? Ja, aber du hast doch so ein Schlachtschiff. Sag mal. Ja, 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 ja. Aua. Oder heiß ist gut, oder was? He, he. Sie liegen hier irgendwelche goldenen Kackhaufen auf der Straße. Ich hab die da hingekackt. Sag mal, was explodiert hier eigentlich die ganze Zeit? Es explodiert einfach alles. Hä, wer ist denn die Platz 1? Ach da. Hier hab ich was für dich. Oh, verdammt. Oh, wow, wer hat mich komplett erledigt? Zersteller? Wie hast du dein Ei zu behalten, obwohl ich dich getroffen habe? Was war da wohl ich? Danke. Ey, gar keinen Stress. Dafür bin ich da. Das machst du sehr gut, Dissi. Aber ich würde dir das auch nicht übernehmen, wenn du Fabian... Aber alles geht. Das war scheiße. Das war nicht cool. Oh, das ist nicht mehr viel Auto mit dem Auto. Natürlich. Ach, da ist die Kreuzung. Wir sind in Runde 3. Warum sagt mir denn niemand, dass der Sub-Argel auch nicht ist? Also, wenn du zuerst über die Kreuzung fährst, ist schon fast. Ja, ich hab dich nicht gesehen vorher. Oh, shit. Aber... Ich bin einfach richtig hinunterflogen. Alter, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Come on, what the fuck? Ey, das... Diese Gold-Kack-Haufen. Die Strecke ist wirklich Mist. Die Strecke ist wirklich Mist, ey. Das Feuer-Siegel. Oh, der hat mich jetzt nicht überholt, ey. Ey, ey, ey. Gar keinen Stress. Alter, vier Runden in Führung. Vier. Das, glaube ich, fühle ich mit dir. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Ich hab vier Runden geführt mit fast einer halben Runde Vorsprung. Ich bin die ganze Zeit eben Zweiter gewesen. Die ganze Zeit. Was war dann dein Downfall? Keine Ahnung. Irgendwas... Irgendwas... Ich bin dreimal explodiert und stand dreimal auf der Stelle. Vorhin ist mir was Ekliges passiert. Da hat mich irgendwas getroffen. Da stand mein Auto verkehrt rumgedreht auf einmal. Und da ist dann vorbei, wenn er erstmal wenden muss. Ich glaube, das ist der Geist tatsächlich. Wenn du das reaktivierst, quasi. Keine Ahnung. Du kannst ihn gar nicht reaktivieren. Wenn du in den Gegnern drinnen stehst, dann werden alle quasi zerstört. Hey, danke, ihr beiden für eures Ab. Als Geist, den Gegner dann nochmal drücken, oder was? Genau, genau. Wusste ich gar nicht, dass das irgendeinen Effekt hat. Ich dachte, das ist einfach nur, dass man selber untreffbar ist oder so. Die Frage ist, warum habe ich euch das jetzt gesagt? Weil du mit der Spieler bist. Weil du doch noch einen menschlichen inneren Kern hast. Ein bisschen, ein bisschen. Aber nur ein bisschen, ne? Mäh. Der letzte Restmenschlichkeit. So, jetzt aber. Ist noch alles drin. Ist tatsächlich superknapp gerade. Ich hatte am Loading-Screen gerade einer ein Spinnen-Auto. Spinnen? Oh. Warte mal. Spinnen? Leon und Dalu führen. Ah ja, richtig. Da gibt es ja dieses coole Scoreboard. Die Map sieht geil aus. Oder sind wir die vorhin schon in der Test-Session gefahren? Nee, Dalu. Vorletzter? Das kann doch gar nicht sein. Nee, ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Okay, mein Gamepad geht nicht. Warte mal. Diese bist du dabei? Äh, ja. Aber mein Gamepad geht nicht. Wie sie? Ja. Ach so. Weil der ist halt stillgegeben. Ja, mein Gamepad funktioniert nicht. Oh, nein. Na gut, dann fahren wir halt mit Tastatur. Das ist unlucky. Sorry, Mann. Alles gut. Oh, Wasser. Mein R2 tut das. Oh, eigentlich Wasser. Wir sind Haie? Ja. Heie, ich bin. Was? Was? Ich bin einfach cool. Oh, läuft voll falsch in den... Oh, was? Du meinst nicht hier? Oh, ich hab so verkackt. Danke. Oh, shit. Oh, shit. Beruhig hier bei mir. Boah, frischi. Schönes Lied, Lala. Stark gemacht. Was war nicht auch mal neupen hier. Oh, jetzt geht mein Gamepad wieder. Was ist jetzt ganz so schwach? Oh, shit. Der war richtig cool. Also, ich weiß nicht, wer da gerade reingesprungen ist. Und dieses Blitzding benutzt hat, und das, glaube ich, alle getroffen. Tut mir leid. Na ja, also, du wirst mir ja auch gedacht, aber das war halt smart. Ich hab hier ein paar Raffigzähler... Hä, ich hab mich umgedreht. Nein, ich war Zweiter. Alles gut. Oh, naja. Das Spiel! Oh. Fischi, alles gut. Oh, ja, hallo, fangen wir hier lang. Ich habe hier unten zwei von drei. Hallo, Chargers, kann sie mal wieder ein bisschen ruhiger machen? Nee, ich bin schon ruhig hier vorne. Kein Lernen, keine Knalle, kein gar nichts. Wie wär's, wenn du einfach mal alte Tier losst? Das gibt nichts. Nee, dass wir umfällen. Ja, du hast recht. Ich möchte solche Vorteile nicht nutzen. Nein. Nein. Ich muss wenigstens dritter werden. Minder Cent. Tschüss. Tschüss. Habe ich dich getroffen? Nee, ne? Ach komm, Manuel, reich doch. Jetzt sind sie jetzt viermal abgeballert. Soll ich aufhören? Sag das doch. Finish! Mann, das gibt's nicht. Wenn die sich hinten alle gegenseitig kloppen und vorne die Ruhe hat, ist voll angenehm. Ja, das ist voll gut. Okay, dritter. Alltacken. 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 Die Mechanik mit dem Driften, was einem gut gibt. Das finde ich mega. Ja. Ja, das ist lustig. Weil du das einfach ein bisschen jonglieren musst und das finde ich wirklich gut. Wo fährst du heute auch verdammt schlecht? Digga, ich war Zweiter. Fuck you. Ja, na ja. Was soll man machen? Okay. Ich weiß nicht, wie schnell die unsere Listen updaten. Na. Schauen wir mal rein. Ja. Ja. Ach Gott. Wie, ich bin Platz zwei? Das macht ja gar keinen Sinn. Du hast ja zweimal gewonnen. Ja, wie zweimal gewonnen? Ich habe nur eigentlich, das zweite Ding habe ich komplett verkackt. Ich weiß nicht, wer der Paul-Mann ist. Oh. Wie, ich habe das gew... Hä? Oh Gott. Nee, du hast doch... Ist okay, nehm ich. Ich muss mal gar nicht diskutieren. Ich nehme das so hin. Na gut. Ist fein. Was ist denn? Wer ist denn erster? Äh, Braunschmer. Also Leon ist gerade aktuell. Ich meine hier gerade. Hier steht immer noch zweiter und drittes. Alter. Ich sehe aber nicht den ersten. Ach, der erste ist links. Guck mal links. Scharges. Der steht links und groß. Nee, ich meine auf dem Treppchen. Hä? Bei dem Treppchen... Ist doch jetzt der geil. Ja. Ja. Ach, der Name stand da. Der tolle Bauernjunge. Der Lümmel, das bin ich. Geht's direkt weiter, oder wie? Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir machen direkt weiter, ne? Dann gehe ich aber ganz kurz pinkeln. Warte, warte. Lass jemand mal pinkeln und dann... Geh mal pinkeln. Ja. Oh, ich glaube, dass jemand sich konzentriert sein Auto zu wechseln. Hattest du vorhin den vierten Cup oder den dritten? Auto wechseln! Ja, mache ich doch gerne. Oh, danke sehr. Fischi, hattest du vorhin den vierten oder den dritten Cup gemacht? Ganz am Anfang. Ich habe am Anfang den dritten gemacht. Jetzt haben wir den zweiten gespielt, jetzt spielen wir den vierten. Oh Gott! Das wollte ich nicht hören. Moment, Moment. Äh, die Frage ist, wollen wir nochmal tauschen? Wir haben zeitmäßig, sind wir halt voll drin. Wir können jetzt halt ganz entspannt noch mal tauschen. Wir haben gerade... So war nicht. Also, die Gruppe hier ist toll, aber... Die Mechanik war leider zehn von zehn nicht für tauschen geeignet. Ja, also ihr werdet für bleiben. Ja, ist glaube ich angenehmer. Ich habe zwei Leute gehört, die waren dafür. Ja, ich war auch dafür. Mir ist egal. Von daher, passt. Ich bin dagegen. Okay, dann können wir danach noch entscheiden, ob wir noch einen extra Cup fahren, weil es zeitmäßig, wie gesagt... Ja, das würde ich sehr begrüßen, weil mein Controller ging gerade im letzten Rennen nicht. Ja, das war belastend, das stimmt. Gut, dann sage ich drüben Bescheid. Ähm, ihr sucht den Cup schon mal aus und dann könnt ihr starten, wenn ihr radiert. Wir machen jetzt, ne? Nice. Das ist jetzt der vierte Leute. Müsste ja viele sein, ja. Hm. Ich wähl schon mal aus. So. Was ist los hier? Abfahrt. Sag mal vor uns Rennfahrern. Oh, das ist ein Rally Cup. Heißt das, wir sind viele Matsch unterwegs. Ja. Von dem Boot. Oh Mann, mal gucken, ob das was wird. Möp. Möp. Oh Gott. Möp. Möp. Please, Controller work! Das ist doch ein schweres Boot zu haben, ist ne ganz schlechte Idee. Das sieht schon wieder gruselig aus. Das sieht schon wieder gruselig aus. Ja, schon, wa? Das ist doch geil. Wie heißt das Ding? High Stakes? High Stakes. Ich hab High Stress gelesen. Nix wegen, verstehst du, wegen so Flock und so. Ha! Na ha 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 ha! Mhm. Ja. Wir grillen. Grillabend. Ja, nee. Okay. Haha. Okay. So. Mhm. Wollen wir jetzt gegeneinander kämpfen? Ja, jetzt ist Krieg, Leute. Letzte Rolle konnte ich nicht mitmachen. Alle ganz lieb nebeneinander herfahren, ohne Koalition und so. Ich hab so ne kleine Knutkugel, würde mein Vater sagen. Oh mein Gott, der Boost! Und erst! Zweiter! Erster! Zweiter! Erster! Hieses kurz! Ganz entspannt. Oh, ganz entspannt. Oh, hoch, hoch, hoch. Oh, nee! Nicht! Da muss ich aber. Muss ich aber. Bitte lassen Sie mich entfrieden. Wir schießen, Leute. Das war's mir wert. Oh, verdammt. Wer ist denn hinter mir? Wer ist denn der Geist? Oh, ich hab gerade in den Geist geschossen. Ja, das hat mir nichts gemacht, weil ich war ein Geist. Oh, danke für die Klinge. Oh, meine anderen Erzfeuern. Ich bin auch tot. Ich scheiße. Ich habe mich erst mal in meine Kette. Wir sind noch sehr nah aneinander alle. Ja, das höre ich nicht gerne. Was ist denn das? Der Framerate-Kill-Move. Oh mein Gott, mein Bogen ist kaputt. So, es geht ihr beiden. Ob da einen aus einer Abkürzung weg? Wir sind ausgeschossen hier oder was? Weg! Oder away. Oh, es klinget einmal in der Tür. Oh nein! Oh Gott, ich muss zur Tür. Geh mal. Oh, der muss jetzt warten. Ich bin erster. Ist nicht wichtig an der Tür. Ist nicht wichtig. Geh mal. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin schon wieder gedreht. Mann! Ja, Mäschi. Ich dachte, du musst nicht hier gehen. Es muss nicht zur Tür. Mäschi. Der muss jetzt warten. Ach, du Scheiße. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Was gegeben ist das denn? Er drückt genau unseren Alten, damit man auch gar nicht kriegt. Ohhhh. 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 Alles gut. Das ist ja gar nicht. Hallo, Gott. Auf den Dreh'n. Chill, 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 chill. Ach, ey klar. Eier klar, Alter. Falsch, Richtung hat mir das Spiel gerade gesagt, obwohl ich gerade auf der Strecke war. Ah, ey, warum findet ihr das? Es ist ja noch vorbei. Chimper. Ich habe mich einfach ganz nach hinten gepackt. Ne, kannst nicht ganz hinten sein, weil ich in das, ich bin. Ohhhh. Was ist das denn? Hat er dich auch in falsche Richtung wieder zurückgesetzt? Ja, bei mir auch. Alle Strecken mit diesem Horrorsetting sind halt auch wirklich einfach der Horror. Ich hab das Gefühl, Ado, dass wenn du gestresst bist, weil jemand in der Tür geklingelt hat, dann bist du schneller, damit du zur Tür kannst. Ich war die ganze Zeit Platz 1 und dann ist eine dumme Scheiße passiert und ich war einfach... Du warst überhaupt nicht die ganze Zeit Platz 1, ich war die ganze Zeit Platz 1! Scheiß warst du, ich war Platz 1! Ich war die ganze Zeit Platz 1! Ich war Platz 1 als du! Ey, wirklich alle Strecken, die so ein Horrorsetting haben, sind bei mir immer das gleiche Erlebnis. Mh-hm. Alter, jetzt können wir 8 Minuten verschieben. Wir beide, ey, von... Started from the Baden-Nauer her. Puh! 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 aber ich bin dann so komisch ich bin dann so komisch ich bin dann so komisch ich wurde so komisch hochgehoben und dann bin ich rumgeflogen in verschiedene richtungen ich glaube das ist das problem das war okay random explosion cool kann man machen was passiert wieso die ich die ganze zeit random aminen hier liegen einfach und das sei doch das acht weil wieder random explosion sind okay warum drehe ich mich Mist. Oh nein. Oh wow. Oh wow. Das ist so easy. Alles rein. No escape from reality. He's got me now. Open your eyes. The captain of the sky. Oh oh. Easy. Du kannst den Text gar nicht. Ja ich weiß. Oh wow. Let's go. Aus dem Weg. Lass mich doch der Deile benutzen. Schieß mich von Mine zu Mine. Okay. Yeah. Auf, auf. Dritter. Ist okay. Wir sind vorbei. Dritter ist okay. Der Rass. Ah. Erster und dann siebter ne. Toll. Na. Welche Pizza denn? Was hast du denn für eine Pizza? Beschreib mal. Ich hab keine Pizza bestellt. Was hast du bestellt? Aber hast du schon oft gegessen jetzt? Ja die ist schon weg. Okay. Und was isst du jetzt? Ich hab ein paar Snacks vorbereitet. Oh. Oh. Du hast Snacks bestellt. Du hast Snacks bestellt. Also du hast gekocht. Das heißt du hast nicht mal grundlegende Nahrung bestellt. Sondern du hast einfach Snacks bestellt jetzt. Nein es war auch wichtiges Zeug. Was ich noch brauche. Aber ich hab irgendwie nicht darüber nachgedacht. Also da waren auch Snacks dabei und die sind auch sehr wichtig für jetzt gleich. Was hast du denn bestellt für Snacks? Das sag ich nicht. Warum nicht? Ich hol dir jetzt aber ich sag's nicht. Okay. Okay cool. Dann beiß mal rein und lass uns hören. Und wir raten was es ist. Ist es Hummus? Das ist doch kein Snack. Was denn Hummus ist ein Snack? For fuck. Meinst du Hummus? Was? Hummus ist doch lecker. Ne alles. Ja ja. Hummus ist wirklich lecker. Ich hab damit ne sehr wunderbare Vergangenheit. Okay cool. Wie innig war's? Sehr innig. Also tatsächlich. Wie isst man den Hummus als Snack? Also Hände rein und dann ablenken? Mit Brot? Mit Cracker? Ja mit Brot ja. Schön Hummus. Gesund. Ist wirklich gesund. Weißt du noch mal drin Kichererbsen? Ja. Ja. Wodka. So wollen wir? Wow wie fast nicht rechtzeitig hier gewesen wäre. Hast du deinen Hummus geholt? Ja. Mein Hummus. Ja. Mein Hummus. Mein riesen Teil. Was hat er denn für riesen Teil? Das versteh ich gar nicht. Guck dir da. Was ist hier los? Nein. Kann ich mal jemand sagen was da gerade passiert ist? Oh diese scheiß Spinne ne? Mann. Ich bin eine Rakete ausgewicht, ich bin so krass. Ey ich bin so stolz auf mich. Nein ich bin in eine Mine reingefahren und scheiße. Nein. Der hat gar nichts gemacht da die Rakete die mir als zu platzen. Das ist ja so weird gerade. Eine sehr komische Brücke für mich. Was? Oh Chris ich hab den noch reingeschossen ins Ziel. Ach das wars schon? Das wars schon. Ja ich hab dich mit dem scheiß Ding einfach rein ins Ziel geschossen und scheiße. Nein. Richtig gut. Oh no. Oh mein Gott. Hm. Rusty Nuggets ist vierter. Let's go. Oh. GG an Rusty Nuggets. Wahnsinnig Punkte ey. Okay. Furchtbar. Furchtbar. Oh verdammt. Wer war vor mir? Scherzig. Boah aber wir sind alle sehr... Weiß zusammen. Dass das so ne Prozentstrecke war hab ich natürlich vollkommen mitbekommen. Ich hab dich auch nie gewundert ey. Ich auch. Ich hab mich schon noch ne Arsch gefreut. Geil. Endlich Chris zerwichst und dann auch scheiß wir sind ja schon im Ziel. Huch. Ach Donuts. Ich liebe ja Donuts. Was sind eure Lieblings Donuts? Erzähl mal. Ich habe heute erst einen Donut gegessen. Wirklich? Welchen denn? Mit cremiger Füllung. Mit cremiger Füllung ohne Loch. Lecker. Boston Cream ist das Beste. Oh Boston Cream ist wirklich... Ich mag... Ich mag auch Donuts. Mhm. Cool. Kennt ihr Bugs? Kennt ihr das Spiel Bugsnax? Ich glaub du hast... Oh Gott. Das ist so ne... Mit dieser Albtraum Grafik ne? Ja. Mhm. Das hab ich gespielt. Ich auch. Hat Spaß gemacht. Du hast doch voll Psycho. Ja übel. Ich hab das für lange gespielt. Kann ich nicht verarbeiten. Ich habe... Ich habe Bugsnax... Hab ich zwei Videos drüber gemacht. Und dann einen 6 Stunden Livestream, wo ich's durchgespielt hab. Nein. Sechs Stunden? Boah, das ist ja richtig, was wir da gehen. Ja. Ich hatte richtig Spaß an ihm gesagt. Glaub ich. Wie dann? Ja, Daisy! Was war das denn? Nicht schießen! Hey! Das kann ja wohl... Das kann ja wohl... Das ist der überall Donuts in der Luft! Let's go! Lecker! Aua! Oh mein Torti... Mein Auto existiert nicht mehr. Ich bin Achte! Nein! Hey! Nein! Bin ich halt im Sexball vorbei, oder? Nein! Oh mein Gott! Hätt mich da gar nicht im Offenleben gekickt! Äh ich war das... Du Arsch! Hey, gar kein Stress. Gerne. Dafür bin ich da. Ich nehme die Rakete einfach für diese Runde an. Das war so scheiße. Nimm das Rusty Nuggets. Ich hab keinen Punkt mehr. Och, bei mir ist alles klar und bei dir. Rusty Nuggets hat mich gekillt. Das ist so dumm. Warum haben wir denn so eine dumme Kacke NPCs dabei? Euer Sterling. Ach komm schon. Was soll denn da? Ist das Bich kaputt gegangen von 1 auf 6? Gar kein Problem. Ich hab Performance-Einbrüche, hallo. Wow. Ach, Donuts. Oh Gott, die Donuts. Donuts. Ah, Mann. Da kann man umplanen. Ja. Oh, das war's wieder. Ich bin da hoch eingezogen. Hast du mich noch gedüllt? Mit der Rakete? Das war legendär. Ich kann nicht sein, dass ein Item so viel kaputt macht. Ey, ich bin gegen eine Wand gegen und dann in die falsche Richtung und du kriegst die Autos nicht umgedreht. Absolut. Alter, Rusty Nuggets hat mich fast eingeholt. Guck mal. Siebenhundertstel. Ne, siebenzehntel. Ne, warte mal. Hä? Hundertstel. Sorry. Ich bin halt wieder an der Kante hängen geblieben und einfach mal zwei, drei Sekunden feststackt. Drei auf drei. Ja, sie ist jetzt fertig. Du hast dir was verdient. Wie? Nicht. Ich bin, glaub ich, nicht erster, oder? Ich bin erster, glaub ich. Ja, ja, ich bin zweiter, glaub ich. Hä, die Tabelle macht doch grad überhaupt keinen Sinn, oder? Ne, ich glaub, die ist nicht ordentlich aktualisiert. Die ist nicht aktualisiert, ja. Oder die ist nur, nur dieser Cup grade. Ich glaub, die warten, bis der Cup durch ist. Ah, das kann doch sein. Wir haben jeden Cup einzeln. Also jetzt sind wir grad im vierten Cup. Und am Ende gibt's noch mal ne Übersicht. Okay. Aber Smugl ist ja deren Dado Cup gewesen, so wie ich das mitbekommen hab. Ja, aber Angelo, Angelo find ich nett noch. Ja, noch. Noch, noch. Ich würd's sagen, es ändert sich gleich. Hier sind wir schon gefahren, oder? Ja. Es ist jetzt random, ist jetzt. Ja. Es geht nur, ich würd's sagen, es ist eine neue Gruppe. Es geht nur um den Spielspaß. Du hältst den Stabbel da drüben. Du bist doch wohl die, die am meisten da immer durchdreht bei so geht. Nein, ob man gewinnt oder verliert, ist egal. Ach, Gem. Es geht nur um den Spielspaß. Es geht nur um den Spielspaß. Erzähl doch nicht so, Moch. Genau. Ich bin da nicht nur du beim Friseur, sondern auch in der Hypnose-Therapie. Mhm. Okay. Aua. Danke. Boah. Danke. Uh, ich bekle es. Oh, ne. Hier wurde ich mal zurückgesetzt, oder? Chat, hier war das. Das war meine... Jo. Entschuldigung. Was soll denn? Was soll denn? Boah. Das war ganz gut. Gem, mach mal ein bisschen langsam. Geht da nicht ums Gewinnen hier? Ne, ich geh da auch nicht ums Gewinnen, deswegen mach ich noch einen Spannkreis. Manchmal frage ich mich, wie das passiert. Das ist ja die Krake. Der revisiert an, du siehst das, und der schießt sie trotzdem einfach in den Boden. Ja. Das macht echt Spaß mit dir, Leon. Würde das gerne öfter machen. Ne, lass mal lassen. Oha. Dem Heck da reingewüftet. Der ist ja auch in die Scheiße. Ich achte, hallo. Oha. What the heck?! Nein, die... Die sind Minen, da. Oh, fuck das Verhältnis. Oh, lol. Das ist das Muggel. Kannst, ob ich das einem gekriege? Hey, auf der Strecke. Ich dachte, mich schießt die Rakete am. Ich dachte, mich schießt die Rakete am. Das ist frech, aber... eigentlich. Aber cool. Oh Gott, zuhundert Spinnen! Warum? Von wem? Von wem? Warum? Ich will das Item loswerden. Das ist eine drohe Map. Oh nein! Du hast mich wirklich küsst. Aber immerhin. Ganz wunderschön. Immerhin. Die Map war weird. Ja. Das war einfach so ein Acht, oder? Ja, das war komisch. Das war einfach komisch. Ein Unendlichkeitszeichen gemalt. Hauptsache, die letzte. 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 Es geht um die Spreis am Spielen. Spielspaß mal nur. Ja. Mensch, das können wir echt öfter machen, so. Ja, will ich auch. Auf jeden Fall. Ist das ein schöner, bunter Mix? Das Game macht auf jeden Fall an sich Bock. Die Items sind halt, wie gesagt, noch, finde ich. Da könnte man noch was machen, aber sonst? Bock da schon. Ja. Man müsste öfter Teleport kriegen. Generell musst du halt wirklich das kriegen, was dich mehr nach vorne bringt. Weil die Minen bringen dir auf dem achten Platz halt gar nichts. Ja. Spaß, wenn ich immer nach vorne. Ja, wenn alle zehn Kilometer weg sind, bringt mir das gute Aim auch nichts. Mann, zwei spielen nur auf dem letzten. Ich sparte immer auf dem letzten Platz. Das gibt's nicht. Nee, keine Sorgen. Ich bin auf dem letzten! Nee, ich? Du bist sechster! Du bist sechster! Du bist sechster! Hast du? Du weißt, du beschwert dich! Ey, das geht's nicht, ne? Ey, das geht's nicht, ne? Ey, das geht's nicht, ne? Ja, war super, klasse, toll. Hat mir Spaß gemacht. Ey, das geht's nicht. Und wenn man das Ding ausfügt hat, kann man nicht mehr lenken. Das ist richtig ekelhaft. Und das ist zehn Kilo schwerer oder so, glaub ich dann. Wenn man denn? Mach das was! Wenn man dieses Regenbogending ausgerüstet hat, du kannst dich nicht mehr so gut lenken. Was war das denn? Hallo? Ich hab nur noch einen Flügel. Einen Flügel? Ja, mein Auto ist ein bad Mobil. Ah, jetzt hab ich ihn wieder. Ach, ihr seid echt toll. Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh, oh, oh! So weit, oh! Oh, meine Fresse! Was ist das für ein Kackbott? Oh mein Gott! Die Bombe, oh nein, die hat mich gefeiert, oder? Ich brauch hier Items, ich muss mich wieder aufbauen. Ich kann mich nicht wieder aufbauen. Das gibt's doch nicht! Wie konnte das denn passieren? Du Arsch! Oh, la! Stop it! Hä? Äh, äh! Oh no! Angelo! Warum? Nein! Es gibt einen Drift auf L2! Nein! Was ist denn bei euch? Oh mein Gott! Ja! Nein! Das war gut, das war gut! Nein! Das ist nicht gut! Das fass nicht! Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Oh mein Gott! Es gibt Drift, das erfahr ich nach zwei Stunden hier! Warum werde ich 10 Minuten ausgenockt, das passiert nicht? Ey, das verstehe ich. Also komm, ich bitte dich. Warum passiert das, wenn ich 1 Mal getroffen werde? Das ist Stora Weckfliege. Kommst du denn her? Absolut insane. Wie geht das? Ich wurde von einer kleinen Kleinigkeit getroffen und bin so ausgenockt, dass mich 10 Leute überholen. Wie geht das? Ich mag so eine Spiele ja gar nicht. Du bist halt nur am Führen und dann auf dem letzten Pup flutscht hier einer so eine Dreck-Prakete rein und dann ist es feierabend. Auf L2 und D1, Vier-Eck, wie ich es die ganze Zeit dachte. Ich dachte, das Driften ist auf Vier-Eck, was aber die Vollbremsung ist. Ja, gut. Okay. Ja, genau. Aber dafür hast du einmal dann mit den ersten gemacht. Wollte ich sagen, du hast den ersten Platz hier mitgeholt. Ja. Das ist schon krass. Nein. Oh mein Gott. Guck mal, ist das nicht eine spaßige Erfahrung? Oh mein Gott. Ey, Leute, ich habe bis jetzt immer mit X oder Vier-Eck gedriftet. Mit der Vollbremsung dachte ich, das ist der Drift. Ja. Oh mein Gott. Guck mal, das ist Spinnen, ne? Schön. Du wusstest genau, was ich sagen will. Krass. Oh nein, keine Spinnis. Was sind Spinnen-Eier? Eine Freude. Dankeschön. Wie bist du drauf gekommen? Wenn ich fragen darf? Weil Kork mir das gerade im Chat geschrieben hat. Was hast du dir gedacht dabei, Kork? Also es ist halt eine Quad, hier zuzugucken, wenn wir die ganze Zeit diesen 90 Grad driften. Und dann ab. Man kann driften. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt zieht sie uns alle ab. Pass auf. Ich hätte das gar nicht so leicht am Anfang mit dem Driften zurechtbekommen. Nee, ich auch nicht. Aber ich finde generell die Lenkung manchmal so ein bisschen, weil sie lenkt sich auf einen Anschlag und bewegt sich irgendwie bis nicht keiner die mehr. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt noch mal von hinten. Wer bitte noch? Ja, und noch eine Spinne. Na klar. Die Spinne, hallo. Die Spinne, ja klar. Oh nein. Alles hier, alles. Sieh mein, alles. Ich bin hier da. Ich bin hier da. Okay, mach was. Ich bin hier da. Sprichst du dir ganz. Ja, ja. Nein, geh weg, geh weg. Oh Mann, nu. Ja, wie lange werde ich denn noch gestunt sein? Ach so, Platz next von 1, so klar. Wenn du uns in die Spinne reinfetzen, das wäre, dann hauen wir dich dann wieder auf. Das tut der Mist. Oh mein Spaß. Oh, oh. Oh Mann, also ich könnte mal auf. Also fahr ich jetzt so mal hier. Ihr seid auf der Spinne, klar. Ihr könnt noch eine Rakete, klar. Geht doch weg. Spinn. Diese Spinne, ich hasse sie. Nein. Voll hingeblieben. Oh, was passiert denn hier? Nein, du bist doch mit Spinnen, bitte. Ich sehe hier durch. Alter, ich wünsche ich sich die Spinne. Das ist auch nicht mehr. Alles noch machbar. Ah, es gibt noch eine Runde. Nee, es ist hier. Doch. Habe ich die jetzt abgeboren, den Geist? Nein. Warum? Nein, warum ist der Gegend? Ich glaube nicht durch. Ich glaube nicht. Marga, war es zum... Ey, diese... Nein. Nein, ich wollte die das... Die Spinne. Nein, warum? Wer war das? Nein. Lass mich doch in Ruhe mit dem Teil. Ich bin der Erste. Ja. Oh, let's go. Ich glaube einmal, ne? Nein, Talu. Ich habe also wirklich... Ich habe 300 Milliarden... Sie spinnbar. Wie säker, kaum ist Dalu nicht in der Lobby. Da läuft das. Da läuft das. Kaum ist der Dalu nicht da. Da läuft... Ja, der Trashtox auch immer. Und dann... Der LÖV. Da LÖV dat. Der LÖV dat. Guck, kick dir dat an. Kick dir dat an hier. Nicht schlecht. Er auch geht. Ja. Let's go. Okay, wie gehst du da... Wie ist der Zwischenstand? Dalu ist natürlich zwei Rennen gewonnen, ja. ich komme gerade gar nicht darauf klar das glaube ich dir glaube ich dir alter das ist als ob du gerade der händer strike index dass du eine handgranate werfen kann ich bekomme immer eine gescheuert von den dingen ich kenne die map nicht, aber sie klingt schwer ich kenne die map nicht, aber sie klingt schwer echt? ja war ich da dabei? ne das ist ganz weit hinten wieder witzig rakete ui ja genau ich war der letzte, sonst hätte ich dir ja den scheißdimmel gefolgt du bist bald ach die paddel, ich erinnere mich, die fliegen klatschen, nein die haben wir schon gespielt, die war scheiße die web ich mag die nicht, aber die überspringt nein die 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 Geht nicht so gut. Mein Auto brennt. Mein Auto brennt. Mein Auto ist kaputt. Ist das echt gut? Oh nein, da war ne Mine. Oh. Oh Leon. Alter. Ja, hab ich gesagt, fix es wieder. Ne, sag was. Ja, gut. Ich hab, ich hab keine Ahnung wie ich das Ding gedlotscht habe, aber wie ich das Ding gedlotscht habe. Kann man den Akita hinschieben? Ja. Wow. Nein. 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 Die Action geht einfach alles. Oh, ich hab auch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, warum? Mach mal nicht. Okay. Oh. Ich bin... Ja. Die ist ein Bot. Oh, fuck. Oh, letzte Runde, ne? Ja, wirklich. Aua. Nein. Ach, das ist super. Was? Ach komm, ich vergesse es immer wieder, dass hier diese Viecher liegen. Nein. Oh nein, die Min. Oh Gott sei Dank. Nein, die Runde ist schlecht. Ach, yes. Nein. Dreiter. Ah, shit. Okay. Oh, ich bin noch weitergeworden. Das ist stark. So ne schlechte Runde, scheiße. Ich bin fertig mit einer Welt. Ich auch. Ich auch. Ja, okay, weil die kamen auch. Aber das Spiel ist auch super dynamisch, ey. Überall explodiert warst du, fliegst da in deinen Autos kaputt. Ja, ja, ja. Das ist so krass. Du glaubst gar nichts mit, das ist so krass. Ja. Du kannst für die dritte gewonnen. Jawoll. Dritte gewonnen. Jawoll. Let's go. Ihr seid wunderbare Spieler. Ich bin stolz auf euch. Ja. Ey, Jen, du bist vorhin richtig krass gewesen, obwohl du nicht gelüftet bist. Hm. Ja, ja, ja. Mal leg mal, wie krass du gewesen bist. Oh, 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 oh. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. Machen wir jetzt noch ein Klapp? Ich weiß gar nicht, ne. Jetzt ist es vorbei, glaube ich. Ja. Wie lange stehst du da schon? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Eddie hat mich hier. Ihr habt mich schon gesehen wahrscheinlich. Wie ich mich reingeschicken hab wie ein Ninja. Sag Eddie Hallo. Hallo. Na schon am Verlieren? Hallo Eddie, wir sehen uns mal. Ja. Da freu ich mich schon drauf. Jetzt musst du erst mal was zeigen. Ich will jetzt was sehen. Das ist schon vorbei. Achso, ja dann nicht. Schade Eddie. Joa mach nix, nächstes Mal. Ich geh wieder zurück. Tschüss. 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 Boah hast du mich erstreckt ey. Ich dachte ich denke das musst du doch sehen. Ich hab nicht drauf geachtet. Sind die anderen schon fertig? Die anderen fahren glaub ich grad noch. Ich sehe dazu. Stoppe dich. Wollen die? Doch. Ich glaub schon. Oh mein Gott. Ich bin wieder da. Dalu hat einfach wieder alle gewonnen. Mhm Dalu hat wieder einfach von ihr und geflückt. Was? So. Was? Und deswegen nicht mit Dalu in einem Team. Wir gehen bestimmt jetzt in die Lobby, ne? Ja ich hab auch. Äh ja, wie ich sag. Joa. So und froh. We go. Du schaffst. Oh mein Gott. Der haben alles her. Ja. Und dann? Oh. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Achso, scheiße. Ich bin gar nicht da oben. Weißt du, dass ich hätte gewonnen? Ja, ja, ich glaube, ich glaube, ja. Ich meine das jetzt ganz ernst. Oh mein Gott. Ich bin gebrochen. Wie sie auch Dalu anspricht. So, Dalu, ich weiß, du gewinnst jetzt aber eigentlich. Weil, wir haben ja gedacht, mit Driften, bla bla. Und ich dachte, der war das X. Wir hatten eine richtig geile Runde. Leon, wir hatten diese Drift-Strecke wieder. Die, wo der nur driften muss. Ich habe die ersten, also ich bin, ich habe alle überrundet, dass ich wieder Vierter war. Alter, what the fuck. Geil. Geil. Ich habe gesagt, dass ich so wenig Punkte habe. Das ist doch, das ist so ein Fehler. Ist das jetzt schon die Tabelle? Ist die aktuell? Nee, ist nur Kampf 5. Aber die, wackelt bei mir mal rum, die Tabelle. Ja, die, die, da wird gerade, werden Sachen gemacht, glaube ich. Genau, wird gerade angepasst. Achso, und Leon, wir hatten einen richtig geilen Back, oder hier könnt ihr alle gucken. Wir hatten zwei Erste, die nicht mal zusammen vorne waren. Ich bin die ganze Zeit Erster, obwohl Shark es eindeutig vor mir ist. Loil. Ich bin erster. Guck oben links. So können wir es lassen, wie es jetzt gerade ist. Loil. Oh mein Gott. Ich kann doch alle Erster. Mega. Loil. Loil. Okay. Ich bin fertig. Einigen wir uns einfach mal drauf, dass Darl und ich beide Erster sind. Nein. Fertig. Nein, nein, nein. Nein. Einigen wir uns, dass ich Erster geworden wäre, hätte ich das gewusst. Einigen wir uns darauf, dass Training von einem Turnier vielleicht Sinn machen würde. Einigen wir uns darauf, dass wir nicht 30 Stunden vorher in so ein Spiel reinschwitzen müssen, aber trotzdem verlieren. 30 Stunden. 30 Stunden. Auf jeden Fall. Shark 36 Punkte. Der Rest hat 0. Yay. Yippie. War der Bürger. Es war der. Glückwunsch, Tamina. Danke. Danke, danke. Gleich lande ich unten, keine Sorge. Was? Gleich war es vorbei. Aber es hat Spaß. Daumen hochs heute. Haben wir gelernt. Da wer ein bisschen mehr Übung in dem Spiel hat, ist es auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen lernt, wo wir irgendwo gesehen. Irgendwann. Erfohl. Ja, ich hätte es auch bei mir in den letzten zwei Runden. Das Spiel ist schon geil, aber mir fehlen halt die Items. So ein bisschen. Hä? Welchen? Franzi, du musst ja einfach etwas verfahren. Nein, du musst, nein, wenn du Letzter bist, es gibt halt nichts, wo du da vorne kommst. Doch, es gibt dieses Teleport-Ding. Es gibt ein Item. Ja, aber du kannst doch nicht ein Item nehmen, du musst ja schon mehr Boost-Items nehmen. Du kannst ja nicht als Letzter nicht in Minen reinfahren. rubber-fandling. Gegen NPCs auf jeden Fall. Du hast aber doch wirklich nur den Teleport, also, so, um richtig in den Einzelnen zu kommen. Und den Blitz, der alle trifft. Der Blitz trifft nur die Leute um dich rum. Nein, 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 es gibt noch ein anderes Item. Den habe ich auch nicht gecheckt, woher das kam. Das war das. Das war das. Ah, guck mal, Cup 1. Ich guck mal, hallo, hallo, hallo. Keine. Guck mal, immer noch vorne. Du bist noch mit Abspielen auf das Ende da rum. Also, das ist ja schon mal safe. Können wir hier das so einfrieren? Oh, okay. Ne, so nehme ich auch noch. Was? Hallo, wie war das? Warte, wenn es zwei erste Plätze gibt, dann heißt das, dann muss ich noch irgendwer in den PlayStation 5 irgendwo heraussetzen. Das war trotzdem eine theoretische Frage. Aber es gab noch mehr als... Es gibt genug PS5s, keine Ahnung. Ja, ja. PS5s. 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 Aber ich bin auf dem Treppchen. Aber Angelo echt gut gefahren, wirklich. Ja, wirklich. Schade, dass es mir nicht nochmal zusammenspielte hat. Ja, aber ich glaube, nachdem du mich im ersten Cup so abgezogen hast, Angelo, habe ich dein ganzes Setup geklaut, ne? Also wirklich, ich kann das nicht mal lesen. Ich weiß nicht, auf welchen Platz ich bin. Das war mir zu klein. Die letzte? Ja, noch zwei Cups. Waren es vier? Nein, war es vier. Das ist voll spannend, weil sich die Punkte so aufbaut. Kann die Tabelle denn füllen? Das war auch ein ganz schlechter Punkt. Ich frage mich aber, zum Schluss ist mein Spiel gecrasht. Wurde ich jetzt letzter dann? beziehungsweise du bist komplett rausgeflogen. Das ist bitter. Oh no. Ich war erster, ich wäre erster. Ich wäre erster. Ja. Ja, das ist weiter. Du hättest dir gewonnen, wenn du jetzt nicht rausgeflogen wärst. Ich hätt sowas von gewonnen. Mit Sicherheit. Mit aller Sicherheit. Ja? Also zwei danach jetzt. Termina hatte ich übrigens die ganze Zeit verheckt. Also wahrscheinlich wäre ich dann, nach den ganzen Sachen, die ich so gehört hatte, Jen wäre erster gewesen, Sterbzikvater hätte ich vielleicht dritten geschafft noch. Aber nur vielleicht, denn dann kommt ja auch noch Fischkopf. Ja, ich war auch sehr gut. Ich bin mein erster geworden. Ich auch, weil Sado nicht weiter in meiner Gruppe war. Boah, da bin ich auf dem letzten gelandet. Oh weia. Ich bin ziemlich weit hinten. Vielleicht kann ich noch ein bisschen nach aufholen. Minimal. Das ist ja richtig aufregend hier. Ich hab doch nicht so wenig Punkte gemacht, oder? Dalu, ey. Das hat immer mehr Punkte. Junge. Oh nee. Das ist das so ein Drämer. War nämlich schon verkackt, glaube ich. Weiß ich die Tabelle von der Größte her mit den Punkten bei Dalu? Ich bin mir nicht sicher. Nee, nee, nee. Müssen wir mal anfassen. Wir müssen gleich vier schnell. Ey, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Und da geht's bergab. Er aber auch am meisten noch vorher reingewartet, ne? Das ist, das ist, zwei Kaps fehlen noch. Ach, jemini. Oh, der letzte war mein bester. Ja, wir sind noch bei der vier. Da wurde ich sogar ein Dritter. Also, overall, am Ende. Also, mit den Punkten und so wieder. Mit Treppchen und so. Ja, ja. Mit Treppchen. Hat er auch mal ein Treppchen am Anfang. Ach, stimmt. Das war ja noch, die ersten drei waren ja, wo ich nur scheiß Autos hatte. da bin ich letzter geworden und die anderen zwei erster. Also, ich glaube, es wäre cool, wenn alle dieselben Autos fahren. Das wäre geil. 14, da steht's. War wieder 40 bei dir gerade, ne? Kann sein. Ja, safe. Die letzte hast du auch hier. Ja, da sind sie, da sind sie, die 40. Mein Gott. Ach. Also, ich muss sagen, 16 Punkte fehlen hier zum perfekten Spiel. Ich würde mich ja aufbringen. Ein Rennen durfte ich nicht beenden. Stimmt, ja, wegen dem Bug. Hä? Was? Oh, Mann. Ach, ja. Immerhin dreistellig. Ach, Schick. Oh, guck mal, auf den siebten noch hoch. Aber stark. Ja, ich glaube, das kann ich nicht mehr lassen. Da lehre ich nur was auf. Ich habe ein Gegner, Eier. 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 Ist er doch für die Fünfte? Ne, das war es für mich. Oh, wieder runter. Ich hatte dafür geämpft für letzter. Stimmt. Da gibt es auch was. Nee, ach so, das ist noch nicht eingetragen. oder mit dem wir komplett die ersten vier kriegen das nicht bei gandam nicht über gandam reden wir nicht ich habe man nicht einfach benutzt da können jetzt alle reinschreiben für platz 3 eine nintendo switch und für den letzten platz lego figuren auf der website steht aber vierter bis zwölfter platz also moment genau in den agbs steht platz 4 bis 12 gelesen deswegen ja also wenn das da stehen dann müssen wir das vielleicht noch diskutieren wie wir die anwälte an das jetzt verloren also gerade die ersten drei plätze die auf jeden fall sicher sind und der letzte der auf jeden fall sicher ist einmal bitte das hashtag lego 2k drive habe ich schon war wird hier eine person auslosen und diese person bitte mitteilen wird gemacht ihr fragt euch einfach mal ein in die chat ich mache gar nichts recht recht nachzüglich machen und müssen dafür noch hier bleiben nie das könnt ihr gerne okay perfekt ich bedanke mich recht herzlich für die teilnahme ich bedanke ja auch dankeschön für das organisieren das hat sehr viel spaß gemacht mit dritt macht es noch mehr spaß dankeschön leute es hat sehr viel spaß gemacht tschüss 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 ist wirklich gar nicht so verkehrt.